So Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay. Mein Name ist Niklas und ihr seid hier bei GameSky. Wir sind heute wieder einmal in City Car Driving und fahren einen Mercedes S65 AMG. So, diese Modifikation war immer gratis, jedoch gab es eine Person, die sie editierte und ich habe da gerade jetzt gerade bemerkt. Und mich gerade richtig nervt und zwar, dass dieses Fahrzeug Automatikgetriebe hat und ich so nicht vom Fleck komme. So, kurz warten. So, jetzt sind wir hier und jetzt sollte das Ganze auch funktionieren. Ja, ihr hört schon. Das Einzige, was ich cool finde, ist den Sound, denn der Rest der Edit ist ziemlich schlecht. Oh, Mensch, jetzt fahr doch mal. Denn wir haben leider nur 30 FPS, da ich die Grafikeinstellungen höher drin haben müsse. Aber ihr seht es dann nicht, da ich noch einen Filter reinwerfe, der es alles ein bisschen flüssiger laufen lässt. So, das ist ein Schleunigungstest. Fällt wie immer Kacke aus. Für ein AMG, naja, aber. So, das ist, erinnert mich an ein Auto von Alexander Van der Bellen. Ich weiß nicht, warum, aber ich, ja, ich darf ja nichts über politische Dinge jetzt hier sagen. Ähm, ich weiß nur, also ich weiß es nicht, aber ich denke mir, er hat so ein Auto, ich weiß es nicht. Aber es wäre irgendwie so ein Alt-Oper-Fahrzeug, also, kam mir eben so vor. Weiß ja nicht, ob es tatsächlich ein Auto-Fahrzeug ist oder nicht. Aber es sieht auf jeden Fall so aus. Aber warum ist denn da so ein Dreieck im Spiegel? Entstattet, der Mittelsporn ist der Standstreifen. Meine Fresse. Oh, ich hab den vollgeschnitten. Guck, guck. Oh, ein Stank. Ach, es ist schon heute ein bisschen laut. Ich dreh das jetzt mal runter. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören, aber es war tatsächlich einfach nur zu laut. Ich schalte mal wieder hoch. Und erst ein Unfall verursacht. Naja. Passiert jedem. So, ich fahre jetzt auch schon wieder weiter. Und so ein Unfall berührt mich nicht. So, Grand-Part-Driving wäre jetzt ungefähr so. Ach, nee, so. Ich hab eine S-Klasse. Ach, so 60 muss man fahren. Na, fahre mal 70. Äh, das ist jetzt Van der Bellen-Fahrer. Ne, hier ist der Rischkirch 130. Da darf man nicht schneller fahren. Nein, das geht nicht. Oh, der hier brav. Obst, jetzt habe ich ihn gerammt. Ach, scheiß drauf. So, und das ist jetzt mein Fahrstil. Pestestein. Meine Fresse. Die FPS-Zahl ist jetzt, äh, erheblich runtergegangen. Äh, ich bin schrecklich. Aber naja. Boah, ey, boah, boah, boah. Du blöder, voll fast, du blöder. Und weiter geht's. So, jetzt fahren wir aber mal wieder normal. Ohne jeden dazu, dann. Das geht so gar nicht, ey. So, los geht's. Wieder ein paar mehr FPS, aber naja. Jetzt. So, road rage has just started. Meine Güte. Jetzt hat er mich noch... Ne. Ach, das ist ja mal schön, auch Ufa anzuwürfen. Ach nee, Handbremse funktioniert. Uiuiui, jetzt habe ich... Das war jetzt eigentlich Suizid. Ja, eigentlich. Also in GTA wäre jetzt da gestanden. Wasted. Und... Uiuiui, ja, das passiert wahrscheinlich täglich mit dem S65-Abgehen. Klingeln hier. Und weg. Weg ist er. Das muss jetzt aber nicht sein, oder? Ach so, nee, das Gleis wird ja nicht. Weichen, wenn ich das anrufe. Boah. Das war jetzt aber komisch. Und ab die... Bitter, bitter, bitter. Ne, scheiße. Nochmal. Scheiße, falschen. Och. Oh, geschafft haben wir's. Ja, nee, das Fazit. Der Mercedes selbst ist nicht schlecht. Das Spiel ebenfalls der Computer. Na ja, da... Sag ich nichts darüber. Aber... Na ja, ich hoffe, ich hat's gefallen. Lektor lassen, abonnieren und... Falls nötig, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zu hablar. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.